So, das habe ich jetzt schon seit einer Woche bei mir liegen und ich habe mir gedacht, oh mein Gott, ich muss davon auch mal ein Video machen. Das ist ein Darth Vader USB Hub. Upsala. Oder Switch oder was auch immer, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sieht das gute Stück so aus, normalerweise. Hey, was ist los? Macht das keine Demo? Es müsste eigentlich eine Demo spielen, macht es aber gerade auch nicht. Ich habe es auch gebraucht gekauft, es kann sein, dass der Modus leider kaputt ist. Aber ich musste es haben, weil es halt super nice aussieht. So, ein schöner Darth Vader Kopf, hier sind vier USB Anschlüsse dran. Ja, das war es auch schon. Es war ein ziemlich schnelles, ist von Get Digital glaube ich, hat der Typ das gekauft gehabt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, wenn ich es finden sollte, werde ich es verlinken. Wenn nicht, dann nicht. Ihr könnt mir gerne ein Like da lassen. Bis denn dann, ciao.